Bist du aus Wien, oder? Nein. Okay, dann machen wir so allgemeine Fragen. Ja? Wisst ihr, wie viele Einwohner Österreich hat? Ähm, ich weiß es nicht genau. Ungefähr? Sag du mal, Robi. Neun Millionen, das ist ja. Ja, richtig. Ja. Richtig, so. Wie viele Bundesländer hat Österreich? Boah, warte mal, ich muss überlegen gerade kurz noch. Ich glaube, du weißt das. Hast du doch gerade gelernt, oder? Ähm, neun? Ja, richtig. Schau. Wie viele Bezirke hat Wien? Boah. 20 oder 21, glaube ich. Ja, passt. 25? Ja, ein bisschen drüber. 30? Nein, also drunter. Also drunter. 23? Genau, 23. Ja, richtig. Von wo kommt sie? Vorarlberg. Vorarlberg. Dann, was ist denn der größte See in Österreich? Ähm, der größte See? Ich weiß nicht genau. Neusiedlersee oder sowas? Ah, fast. Oder Bodensee. Echt? Echt? Ist ja in Vorarlberg, oder? Aber... 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 Und jetzt noch, nimmst mir zwei Länder, die mit A starten. Können wir auf Englisch auch? Äh... Austria... Argentinien oder so? Ja. Argentinien? Ja. Argentinien, Austria, Verwenz? Ähm... Afghanistan. Afghanistan. Afghanistan, ja. Perfekt. Dann danke euch für die Zeit. Wenn ihr in Wien seid, so, wenn ihr es nicht habt, kriegt ihr zwei Taxigutscheine, könnt ihr mit unserem Taxi in Wien fahren. Danke. Ja, viel Spaß. Danke euch. Tschau. Also, nennet zwei Länder, die mit A starten. Albanien. Argentinien. Jawohl. Wie viel Knochen hat der menschliche Körper? Äh... keine Ahnung. Sicher über 300? Ja, sicher mehr, glaube ich. Viele. Gesetzt? 460, ich weiß nicht. Äh, 206. Okay. Was ist das größte Organ im menschlichen Körper? Die Haut, oder? Nein. Ja, fix. Nein. Was? Die Haut. Was ist das kleinste Land der Welt? Der Wartner. Ja, richtig. Schau. Das sind die Kaputfranken der Schuler. Wie viele Kontinente gibt es auf der Welt? Sieben. Richtig. Wie viele Einwohner hat Österreich? Ja... 9,8. Jetzt mehr. Ja. Das ist immer das... Knapp 9? Ja, sowas. Glaublich. Das sind 9 Millionen. Ja, richtig. Passt. Aber seit wann ist Österreich Mitglied in der EU? Das ist fast einfach. Ähm... Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Warte voll. 2000, nein knapp. Ich meine, das haben wir letztens in der Schule gehabt. Also letztens. Oh, wir waren circa. 21, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.